Ich bin fucking dry, you guys, shit, I need dope, fuck. I'm tripping shit, what the fuck is that, huh? Ich find diese Stühle sind einfach viel zu niedrig. Findest du nicht auch? Solange du hoch empor kommst, genug um auf die Tastatur zu gucken und auf den Bildschirm ist doch alles in Ordnung. Was hast du denn hier? Ja, so geht's mir auch, da beim Hotel, ne? Ja, der hat gemeint, der hat den Schimmer, man. Aber... Wir wurden vom selben Menschen verarscht. Scheiße, ich würde nie wieder, nie wieder mache ich online Dating, man. Warte mal, bist du sexy Mexican 96? Äh... Adios, man! Du arschloch! Geil! Wer kann... Ich bin ganz sicher. Oh... Warte, wer ist das? Ich bin ganz sicher. O, wo? Ja, die Flaschen hoch, Mann! Eidios, wieso schießt der, Mann? Weg hier, Mann! Wieso schießt der, Mann? Wir warten hier... Ich nehm meine Karre. Das ist so verfickt dämlich, Mann. Zieh die Maske aus. Leitstelle für die Streife 2, komm. Sind sie überhaupt noch aktiv? Ja, schön. Wie geht es Ihnen, komm? Ich schwitze wie eine Sau, stinke wahrscheinlich wieder bald, muss mich waschen. Ansonsten in Ordnung. Und bei Ihnen, komm. Ohne das Stinken hat ansonsten dasselbe Streife 2 Ende. Kurzer Nachtrag, wenn Sie im Auto stinken, dann lassen Sie es lieber gleich mit der Wäsche. Weil sonst stinkt das Auto auch noch. Leitstelle Ende. Hat er nicht erwartet, die Antwort. Mr. Bradshaw hat sehr stark gefurzt. Dafür hat es sich gelohnt, länger aufzubleiben. Fuck, Mann. Was wird denn das jetzt hier, Mann? Ich hab doch... Ich sag gar nichts mehr, Mann. Wir stehen also auf nach der Füße, Sir. Tja, hör auf damit, Mann. Du gibst mir Creeps, Mann-Shit. Genau. Wir können uns einen Finger-Schwur geben. Nee, wir müssen aber auch los, ne? Nee, ganz dringend. Nee, wir müssen los, Mann. Ich hab Ihren Anruf bekommen und so, Mann. Mhm, genau. Alles okay? Ja, alles, alles war okay. Was ist passiert? Alles gut? Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Was passiert ist? Ich hab eine Vermutung, aber alles gut. Was denn? Wo soll ich denn den Wagen da hinspringen? Umwerfend. Du bist wirklich umwerfend. Ja, das hör ich öfter, vielen Dank. Mir da nemo los, ich hab das nicht gerafft. Ich hab an der Straße gewartet, Mann. Guten Tag, die Herren. Hallöchen. Was war das jetzt? Ach so, Frau Fingers, Sie sind's. Oh. Hören wir uns. Töne something like, бывает. Oh. 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 Oh.